...und ist seit 2006 hier wieder zurück in Belfast gemacht haben. Ich sage Roseland, das ist eigentlich kein richtiges Roseland, sondern mehr ein Experience. Und die beste Seite und... ...und ist Glück, Herr That's the clever part, James. Mr. Ismei hat die backing des Distinguished. ...und ist hier ein Bild. Man konnte den Baulärm von unserem Haus ausführen, aber auf die Größe war ich trotzdem nicht vorbereitet. Wir wussten, das wird das größte Passagierschiff der Welt, aber den Namen Titanic gab es noch nicht. Ich war von Anfang an dabei. Da wurden die beiden Dreifach-Expansionsmaschinen gebaut, jede so hoch wie ein dreistöckiges Haus. Wir haben 31 Schlingen pro Woche verdient, Kita-Boy und Ketcher 16, aber viel. Die Rundfahrt endet in wenigen Sekunden. Bitte steigen Sie vorsichtig aus und lassen Sie keine persönlichen Gegenstände zurück. Danke. 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 Danke.